so meine freunde hallo erstmal hier wieder was neues das zeige ich beim nächsten mal ein bisschen mehr vor heute interessiert ja jemanden kann man immer gut gebrauchen zu hause die ameisen wiederum ich weiß nicht die zeigen sich nur nachts ich habe jetzt mal was anderes gefüttert so eine art wassersirup vielleicht wollen sie das naschen ja dann wollen wir noch schön einkaufen leckere ungesunde cola schönes leckeres brot und das wollen wir schon heute gibt es eigentlich nichts zu erzählen vielleicht stelle ich demnächst noch mal etwas im review vor was ich bei ebay erbeutet habe ansonsten paar neue messer sind am start lass dich überraschen tschüss freunde